Und am Bauch auch noch. Was macht der Held? Ich habe ihn am Bauch getroffen. Das war gut gemacht. Das kann nicht sein. So, ja normalerweise müsste er doch schon längst tot sein, aber nein das macht er. Ja, und du gibst dir erstmal ein paar. Da hinten ist... Achso, kann ich so eine komische Rolle machen? Das ist ja interessant. Oh Gott. Autsch, ja das sind meine Ohren. Die sind sehr empfindlich. So, cool. Wir sind über die Kisten. Oh, die muss ich dann nutzen. Ich bin echt tot. Was, du kannst ja jetzt nicht tot sein. Ich werde gerade aufgegessen. Leaaaaaan. Da würde man einmal in der Umgebung mal ein bisschen Kisten abschicken und du wirst dich aufgefressen. Ich weiß es nicht. Ich wurde schon dreimal aufgefressen. Aber mit dem dritten Mal bist du richtig geschlagen. Ich schmeiß Blankgranaten. 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 Hab ich keine. Aber ich hab... Bombi. Eine Bombi. Ich hab... Ich hab... Brandgranaten. Ich ruhe auf ihn ein. Ja gut. Wenn du denkst, das hilft. Okay, schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Aber... Ja, das ist meine Ohren. Hat er hier noch ne... Was passiert jetzt? Na, das sind doch Waffen. Einsteigen. Ist ne Idee. Schön, dass es ihm gut geht. Da ist ein großes, fettes Auge. Ich glaube, da müssen wir reinschießen. Ah, das denke ich irgendwie auch. Ich glaube, die Kisten hier noch alle einsamen, ja? Oh ne. Das waren damals die Dinos. Genauso sahen sie auch aus. Ja, genau. Da kommt hier. Achtung! Hat er jetzt gefressen? Ach so, nein, doch nicht. Ich dachte, der hat mich jetzt auch gefressen. Ich hab einfach gesagt, er hat's getan. Äh... Schießen! Ebt unser Fahrer noch? Ah, ich glaub, der ist tot. Herz ist ja tot. Wir gedenken eine Sekunde an dich. Okay, fertig. Ja, ich hab dir auch noch eine Sekunde. Jetzt, der wohl will. Ich will ja weg, ich will ja weg. Ich will ja weg, ich will ja weg. Wir erledigen ihn. Hier, bei dem fetten LKW sind so einen roten Tanzen so. Okay, der macht dann doch nichts. Du... Scheiße, verdammt! Ja, verdammt. Nein, 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 ich will nicht verprügeln. Okay, schnell weg hier. Wir zünd' ich nochmal die Scheiße. Ach so. Wecki, 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 wecki. Schaffst du's alleine im Moment? Ja, ich hab ihn wieder in der, äh, Menschen vor. Ach so, gut. Dann kannst du in dem Moment ein bisschen vergewaltigen. Trögen! Heiß. So, und ich sammle hier ein paar Kisten derzeit ein. Einfach nur in der Hoffnung, dass der Prankranaten drin liegen oder so. Oder allgemein ein bisschen Muni. Oder rotes Kraut, welchen ich einsammeln kann. Oh Gott! Er steht direkt vor mir. Das ist nicht gut. So, ich hab nochmal draufgeschossen und mein Schuss hat, glaub ich, gesessen. Erstmal. Oh ne, bitte, sei tot. Aufs Auge schießen, würd ich mir sagen. Oh, klare Vorgang. Am besten sind wir eine Dynamitstange nehmen und ein schönes Auge-Apfel rein. Ne, wie bei Resendium 4. Eine Raketen wäre von dem. Genau! Ne, das war ne schöne Idee. Steckt ein. Oh, doch nicht. Sieht nur Heil gesagt und dann verpisst sie sich wieder. Ist so typisch, ne? Schöne Puppe. Hoffentlich funktioniert der Aufzug. Ja, das ist ja auch. Ach, nichts. Er ist verliebt. Los geht's. Das war schon seit dem zweiten Teil. Er ist immer noch verliebt. Seit dem zweiten Teil. Und es wird nach einem Partner ge- Oh. Offline spielen. Sie können entweder alleine oder per geteilten Bildschirm mit einem Freund offline spielen. Ja. Man kommt gar nicht so schnell mit zum Lesen. So, Ladevorgang. Dumm de dumm de dumm de dumm. Dumm de dumm. Dumm de dumm. Befehle los, halten sie zwei. Ich wollte die Kisten unten noch einsammeln. Darfst du nicht. Merke schon. es ist mehr als eine freundschaft zwischen ihnen nicht sie sind verliebt ich hab's gesagt fuck yeah muss ich was drücken muss ich was drücken du bist verliebt warum machen die nicht einfach mal kriechen und ne weh ich muss auch klar du guckst sie lieber nicht runter musst du mich gleich fallen ich muss dir ja erst mal helfen ich konnte das was denn ja hau ab ich komme oh ne er lebt noch er geht den folgen ich hätte ich habe das meiste ich muss gehen wir dann drunter zu klären ich würde helfen ich würde helfen je schneller sie klettern desto eher können sie das oh ja ist ja gut dabei aber mehr als klicken kann ich ja nicht man hat die immer so einen style ich bin ja gleich da ich bin jetzt auch oben schnell oh ne weh ich muss drauf jetzt wäre so ein raketenwerber geil ok genug beklemmert sie sind erledigt oh oh ganz gut zombie jetzt geht es hier auf ihn drauf wow ich habe mal endlich in der einen mission äh endlich mal in der mission mal magnum nie bekommen so äh da schaffst du das meine süße ouch ach so gut und jetzt kann ich weiter draußen halten warte mal da oben sind auch irgendwie ziemlich ach so ja die macht das ganz alleine ja gut gut ich denke mal wenn die da drauf geht und so kommen wir ihr nicht viel helfen du 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 you knaukt wohin nee do binary geht doch her instant damit runter ja ja vorsicht ich bin immer dominant du bist deinem arsch voll in meinen kopf ja der witz doch schon mal 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 wie diese bist du schneller als ich das schmeißt mich damit runter lass mich jetzt hoch 2 1 2 1 2 1 2 ich muss hier warten bis ich wieder klettern kann aber die wissen dass wir kommen da kommst du nicht auch kommst du nicht hoch ich sehe deine füße ob es ein bisschen oben ich nein nach was heute scheiß drauf und ich bin nicht das neid nein kann ich von mir verlangen ich stehe beschützen sie älter ich kann doch gar nichts machen was soll jetzt leute dramatische musik aber nicht was ist mit der musik stehen sie das durch ich schieße auf ihn drauf jetzt drauf schießen kann ich mir einschlafen bei der arbeit kann sie auch nicht machen oh gott das ist halb die ganze trau so ist es nicht da will ich wissen mal ein bisschen die snap-o-milition die nutze ja na gut es wird nichts zombies von dir hinter dir ähm bist du jetzt gerade runtergefallen nein erstmal nachladen du dein leben sieht nicht gut aus cowboy es wird nicht so gut er zeigt mir auch voll sein arsch oh es tut mir weh wo ist das man kriegt nicht immer was man will simmons nein nein machen wir schluss man muss immer nach vorn gehen muss ja los oh lol meinst du da stirbt er nein er ist ziemlich weit oben und er verbrennt ja wohl etwas was willst du küsst euch küsst euch küsst euch es tut mir wirklich leid aber ich muss jetzt los auf dem dach finden sie mein abschiedsgeschenk wir sehen uns wieder nein nein wir bleiben zusammen ich kann mich auch selbst schützen ich kann mich auch selbst schützen was bist du denn für ein frauenheld Leon halt ja 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 es ist cherry es spricht du hast bei sprich du hast in monopoli eigentlich leon gespielt ja ja ja